Heute bin ich König von Deutschland, das Königpilsener der Bitburger Braugruppe aus Duisburg. Kommt mit einer richtig schönen hellgoldenen Farbe daher in der Nase. Strohig, grasiger Hopfen, sanfte Zitrusnoten und eine schöne helle Malznote. Ja, cheers, setzen wir mal. Leichte Süße, schön schlank und eine kräftige Hopfennote. Leicht strohig, getreidig und eine kräftige Bittere. Nicht ganz so viel Würze, aber schön balanciert. Schlanker Körper, durchschnittliche Kohlensäure und hinten raus verwässert es dann in der Textur ein bisschen. Der Nahrung ist dann mit einer kräftigen Bittere gesegnet. Es wird trockener, dafür nimmt die Bittere richtig zu. Vielleicht ein bisschen unangenehm. Das Königpilsener aus Duisburg von Theodor König. Wer die ganze Bierverkostung mit allen Fakten zu diesem Bier wissen will, der muss jetzt bei YouTube schauen. Alle anderen klicken hier gerne auf Volk oder auf Plus, wenn ihr keine Bierverkostung vielleicht von eurem Lieblingsbier verpassen wollt.